Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Baerpo Products und ich zeige euch heute unser Facelifting am Horseman. Und zwar, ihr merkt schon, wir haben uns ein bisschen verliebt in das Apfelfurnier. Also auch der Bogen kommt mit einem extrem schönen indischen Apfelfurnier. Und wir haben uns überlegt, für das Mittelteil nutzen wir extrem dunkles, braunes und schweres Holz. Es ist Ipe. Und damit wir es noch ein bisschen komfortabler machen, nutzen wir dazu noch einen richtig schönen schwarzen Ledergriff. Und unsere Wurfarme sind genauso gut gebaut mit unserem Bambuskern.